Ich glaube, Romano hat sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt und ist eben für uns auch ein sehr wichtiger, prägender Spieler geworden. Es ist nach wie vor so, dass er aber nicht am Ende seiner Entwicklung ist. Wir haben immer noch Themen, die wir gemeinsam mit ihm auch verbessern wollen. Aber insgesamt ist er ein sehr wichtiger Spieler für uns. Und deshalb freut mich das sehr, dass er sich weiter auch zum Verein bekennt, sich hier weiterhin sieht. Und ja, das ist eine sehr positive Nachricht für uns alle.